Leute sagen, ich soll Basti's Insta-Story auschecken. Was hat Basti... Wie heißt denn Basti bei Insta? Baba Esti, ne? Bro, was ist das für ne Story? Ist ne lange Story, aber ich hab so ein Video von Dave. Und da war so ne Dusche und die war so ein bisschen verrostet. Und ich meinte so, oder verkalkt. Und dann meinte ich so, die sieht ein bisschen eklig aus. Und er meinte, Chad so, bei dir sieht's auch so aus. Hab ich ein Bild von meiner Dusche gemacht und meinte die so fake. Und dann bin ich nochmal hingegangen. Und hab eins gemacht, wo mein Gesicht mit drauf ist. Und das Ding ist, ich hab die halt beide Basti geschickt als Zwischenablage, damit ich die auf meinem PC bekomme. Und Basti meinte, er fandet das übel süß. Wie ich da unten so reinklupsche, Digga. Und auch noch dieser Enjoy-Emoji, Digga. Erst mit Luschen bei dem Wetter. Ist das scheiße, ey.